Annette Kolb, mit bürgerlichem Namen Anna Mathilde Kolb, war eine deutsche Schriftstellerin. Sie setzte sich nachhaltig für den Frieden ein und erwarb sich Verdienste um die deutsch-französische Verständigung. In Romanen beschäftigte sie sich kapriziös anmutig mit dem High Society Leben. Leben. Geboren als dritte Tochter des Münchner Gartenarchitekten Max Kolb und der Pariser Pianistin Sophie Dunwin prägten deutsch-französische Einflüsse. Leben und Werk. Ihr Vater Max Kolb war ein illegitimer Sprössling der Wittelsbacher. Verschiedenen Überlieferungen zufolge war entweder der spätere König Maximilian II. oder Herzog Max Josef in Bayern sein Vater. Im ersten Fall wäre der Vater Annette Kolb sein Halbbruder Ludwigs II. gewesen, im zweiten Fall ein Halbbruder der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Die Großeltern mütterlicherseits waren ein bekanntes französisches Landschaftsmalerpaar, Felix und Constance Amélie Dunwin. Annette Kolb wuchs in München auf und verbrachte erste Schuljahre in der Klosterschule Thornfeld bei Hall in Tirol. Sie entdeckte ihre Lust am Schreiben und gab 1899 ihr erstes, von ihr selbst finanziertes Buch heraus. Im Ersten Weltkrieg trat sie entschieden für den Pazifismus ein. Ein vehementes Plädoyer für die Anwendung von Vernunft und für eine europäische Völkerverständigung löste nach einem Vortrag in Dresden am 11. Januar 1915 tumulte aus. Das Bayerische Kriegsministerium verhängte gegen sie 1916 wegen pazifistischer Umtriebe eine Brief- und Reisesperre. Auf Betreiben von Walter Rathenau konnte Annette Kolb in Schweizer Exil gehen. 1923 ließ sich die Schriftstellerin in Baden-Weiler nieder, wo ihr im Vorjahr die Architekten Paul Schmidhenner und Wilhelm Joost ein Wohnhaus errichtet hatten. In den 20er Jahren spielte sie eine bedeutende Rolle im deutschen Literaturleben. Rainer Maria Rilke war von ihren Romanen begeistert, mit René Schickele, den sie seit 1914 kannte, ihrem Nachbarn in Baden-Weiler. Einem Elsässer Schriftsteller und Befürworter deutsch-französischen Interessenausgleichs, verband sie eine Freundschaft bis zu seinem Tode im Jahr 1940. Im Jahr 1929 porträtierte die Literatin in einem Buch den französischen Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Aristide Briandt. Kolb nahm in den 1920er Jahren Antreffen des Circle des Kolbach teil, den Aline Meirisch in Luxemburg führte. Meirisch wollte damit kulturelle Begegnungen von Westeuropäern veranlassen und deutsch-französische Beziehungen fördern. Als den Kern einer künftigen friedlichen europäischen Einigung 1933 emigrierte Annette Kolb nach Paris und löste sich damit völlig vom Deutschland der Nationalsozialisten, 1936 wurde sie französische Staatsbürgerin. 1941 floh die 71-J-Jährige nach New York. Nach dem Krieg lebte sie bis 1961 sowohl in Paris wie in München und Baden-Weiler. Ihren letzten Wohnsitz nahm sie in München. Annette Kolb war bis ins hohe Alter hinein literarisch, musikalisch, journalistisch und politisch aktiv. Ihr Grab befindet sich auf dem kleinen Bogenhausener Friedhof an der Neuberghauser Straße in München. Auszeichnungen und Ehrungen 1913 Theodor Fontane Preis für ihren Erstlingsroman das Exemplar 1931 Gerhard Hauptmann Preis 1950 Aufnahme in die Bayerische Akademie der Schönen Künste 1950 Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 1951 Kunstpreis der Stadt München für Literatur 1954 Ehrengabe des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft im BDEV 1955 Goethe-Preis der Stadt Frankfurt 1959 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 1961 Ritter der Französischen Ehrenlegion 1961 Bayerischer Verdienstorden 1961 Literaturpreis der Stadt Köln 1966 Purley Merit für Wissenschaft und Künste 1966 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland mit Stern Werke 1899 Kurze Aufsätze Ihr erstes Buch 1906 L'Amaux de Patrice Gesammelte Feuillto Artikel 1913 Das Exemplar Roman 1917 Briefe einer Deutsch-Französin 1921 Sarah Stroh 1924 Wer an Jadin Erzählungen und Skizzen 1925 Spitzbögen Novelle 1928 Daphne Herbst Roman 1929 Versuch über Briont Porträt des Staatsmannes 1932 Beschwerdebuch Essays 1934 Die Schaukel 1937 1937 Mozart Sein Leben Biografie 1941 Schubert Sein Leben Biografie 1947 König Ludwig II. von Bayern und Richard Wagner Skizzierung 1954 Blätter in den Wind Essays 1960 Memento Erinnerungen an die Emigration 1964 Zeitbilder 1934 215 Erinnerungen an die Spahn 1929